Machen wir es uns gemütlich. Draußen verpasst man relativ wenig beim Wetter. Es ist eher herbstlich als winterlich und in Alpennähe zumindest einigermaßen frühlingshaft. Denn das ist die einzige Gegend, wo es noch sonnig bleiben wird. So schaut es heute im Laufe des Tages aus. Mit dem Keil dieses Hochs gibt es so eine Nase, die reicht bis in den Süden Deutschlands. Ansonsten haben wir es mit einem Tief zu tun, das uns von Nordwesten her feuchte und milde Luft bringt. Und hier hinterher verbirgt sich eine Front, die im Laufe des Tages zu uns ziehen wird. Das sehen wir hier sehr schön an dem Wolkenvorhersagefilm. Erst geht das noch relativ ruhig los und dann fällt zum Teil kräftiger Regen. In den östlichen Mittelgebirgen sind ein paar Schneeflocken dabei und bis zum Abend gibt es zumindest in Alpennähe dann eben noch Sonnenscheiben. Das sehen wir hier. Da bleibt es bis zum Spätnachmittagabend recht sonnig, also bis die Sonne eben untergeht. Und dann ziehen die dichten Wolken heran. Ansonsten kommen am Vormittag die Wolken mit ein bisschen Regen weiter südostwärts voran. Am Nachmittag setzt dann im Nordwesten, Sie erinnern sich an die Front, die da von der Nordsee reinkam, kräftiger Regen ein. So in Kommaform bis ins nördliche NRW. Im äußersten Süden hält es, sonst haben wir viele Wolken, Nebel und Hochnebel. Und in den Niederungen, dort wo wir noch den Nebel haben, wo sich kein Wind durchsetzen wird, liegen die Temperaturen so zwischen minus ein und plus ein. In Alpennähe war bis zu vier Grad, fühlt sich allerdings wärmer an durch den Sonnenschein. Und im Norden wird es ziemlich mild mit bis zu neun Grad. Und Richtung Holland sieht man schon, da steigen die Temperaturen dann sogar in den zweistelligen Bereich. Vom Winter fehlt jede Spur. In den Abendstunden klatscht dieses Regengebiet so über den Norden hinweg und erreicht dann auch die östlichen Mittelgebirge. Achtung, hier mit Schneefall und oder gefrierendem Regen und akuter Glättegefahr im äußersten Süden tut sich noch wenig. Und dann kommt zudem noch das Windfeld herangezogen. Von der Nordsee her zieht das über die Mitte und den Norden. Das heißt, der Wind wird ziemlich ruppig auffrischen und sich dann tagsüber nach Südosten bewegen.